Du musst einen wählen, Pussy Money or Weed. Wow. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ich bin der Meinung, ich bin der King of Rap. Warum? Wenn du auf den Boden schaust, schau dir auf den Boden. Jeder macht mal eine schwache Platte und ist trotzdem eine großartige Band. So wie ich jüngst.